mal heißt es bei clash of clans tägliche angebote im englischen heißt es daily holiday special deal ich glaube es liegt auch an dem update ich muss mich auch immer wieder wundern dass der eine klein so ist und der andere klein so ist im deutschen heißt es mal so im deutschen heißt es mal andersrum aber ich mache mit dem account jetzt erstmal glaube ich kurz auch das kleine aber feine 13 megabyte update und ich glaube dann steht da oben auch gleich kurz mal das richtige aha jetzt passt es auch tägliches feiertags angebot und damit erst mal herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ich finde eigentlich ist das jetzt wirklich ein feiertags angebot das sieht mir eher aus tatsächlich doch wie normales tägliches angebot was es eigentlich immer im shop hier gibt mit der trainings portion vorne oder dem training trank vorne mauerringe für 500 die gibt es eigentlich auch also da ist jetzt heute mal nicht so was tolles drin war gestern auch nicht mit der schippe naja da kann super cell vielleicht doch noch ein bisschen nachbessern ich hoffe immer noch mit meinen großen dörfern auf nur ohne das bei uns vor allen dingen und nicht auf dem buch oder auch auf dem buch des bauens und nicht im buch des kampfes aber egal ihr habt seinem titel gesehen ist die kleinen dinge die hierbei clash of clans den großen den richtig großen ausschlag geben und ich würde sagen wir gehen einfach mehr mal in den klangkrieg rein ihr hört schon ich muss noch ein bisschen lächeln dabei wir gehen mal in den aktuellen klangkrieg rein und guck mal so ein zwei kämpfe dann wisst ihr sicherlich was ich meine und dann erkläre ich euch da noch ein bisschen was zu man kann nämlich so ein bisschen parallel schlagen zur zurzeit zurzeit und wir gehen direkt rein auf den olaf der große olaf der große gegen anas ok hier wird erstmal gefahren mit einem elektro drachen und es geht dann weiter mit einem pecker bobert also der ganze angriff heißt wohl pecker bobert und machte hier genau richtig also richtiger als ich es immer mache denn queen raus und die ist jetzt in heilung denn die bekommt jetzt erstmal beschuss ich mache das oftmals verkehrt dass ich ein king setze und dann meine meine queen die kriegt keinen beschuss und ruckzuck hast die hast die heile eigentlich genau da wurde sie nicht hin haben willst ich immer ein bisschen näher für euch hat so ein bisschen näher für euch rein denn ich hatte ja gesagt es sind so ein bisschen die kleinen dinge hierbei clash of clans die hat die dinge den großen auftritt hier vermasseln können und ich finde aber die kleinen dinge immer wesentlich schicker und interessanter hier seht ihr schon so ein bisschen so die ersten fallen die dort kommen und die parallele eigentlich zwar im moment weihnachtszeit ich weiß nicht bei mir ist weihnachtsfeeling noch nicht wirklich da sind sind natürlich man freut sich man freut sich über über die kleinen dinge ich meine da hat sich der olaf jetzt nicht drüber gefreut ich mache den jetzt mal ein bisschen langsamer den angriff hat sich der olaf gar nicht darüber gefreut denn das kleinere übel hier was was ihn hier jetzt erwischt ist dass hier die bets keine falle auslösen aber ich halte ihn jetzt mal an eine falle wird hier noch ausgelöst von dem bollard oder von der pecker dame das ist nämlich die tornado falle die kleine unscheinbare tornado falle die hier so einen ganzen angriff mal eben versaut hat das schön gefriest hier eigentlich die ganze zeit jetzt kommen hier noch mal ein paar fallen raus und jetzt ist die ist die da ist die tornado falle schon ausgelöst da seht das jetzt und die macht auch schaden und die macht genau da schaden wo du wo du ihn nicht haben willst nämlich bei deinen bets also sehr 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 ärgerlich hier und hier war vorher schon angriff drauf genauso exakt genauso kann ich euch sagen also wirklich echt nicht anders und für die kleinen bets reicht reicht der schaden von der tornado fall ihr seht fast alle weg ist es echt der hammer und aber der angriff geht ja noch ein bisschen weiter nur der single inferno sieben felder nicht zu erreichen von der queen also das wird noch mal richtig enges ding hier und aber aber wie gesagt es sind so die kleinen die kleinen dinge also uns hat zum beispiel gefreut dass wir eine karte von unserer vermietung bekommen haben aus fehmann mit schönen feiertags wünschen von von der insel mit einem wunderschönen bild vom burger weihnachtsmarkt dort und dass das das sind so die kleinen sachen die einen viel viel mehr freuen als irgendwas materielle sag ich mal finde ich zumindest und ich finde sowieso diese ganze beschenkerei zu dieser zeit mit großgeschenken das das hat man irgendwie über das gab es ja auch diese zeiten klar wenn du kinder hast oder kleine kinder hast dann bleibt das vielleicht nicht ganz aus aber irgendwann da da werden die auch ein bisschen größer und haben dann auch nicht mehr so die ultra wünsche so die riesen pakete den star wars felken von lego und so das ist alles weg das wollen die alle gar nicht mehr haben heute geht es um die kleinen dinge und da reicht auch schon mal da reicht auch schon mal ein bisschen bisschen geld sage ich mal und dem olaf hat es ja leider nicht ganz gereicht okay ich hatte die tränen in den augen der olaf auch und da waren sie kleinen dinge also wirklich die fallen die die ärgern ein und gerade die kleinen fallen die tornado fall ist ein echt winzige falle und auch noch eine andere falle ist eine sehr winzige falle auf die bin ich mal wieder so ein bisschen rein gefallen bei meinen angriff denn ich habe mal wieder eine base zu leicht genommen hier ein wenig zu leicht genommen wir sie ist sie ist noch da ist der der scout ist noch da also ihr seht hier unten der hat einfach so seine sachen so hier unten herangestellt und die er jetzt so bekam also erst mal zwei loons hier unten rein queen rein paar heiler hinterher und da kommt ein elektro dach heraus und noch ein loon aber erst mal den gegnerischen king hier schaffen der war jetzt der weiß nicht ganz so schlimm für den rest meines angriffs da spielte der keine große rolle aber die queen spielt schon eine große rolle als musste die auch weg das musste der dicke jetzt erstmal erledigen hatte auch gemacht bis hierhin lief eigentlich mein angriff bis auf den dämlichen fries ganz gut ganz gut also passt schon so der loon kommt jetzt gleich zurück zur queen ja natürlich macht er dort alle bodentruppen kaputt und das war mir hier unten aber auch egal denn ich brauchte hier unten jetzt kein passing oder sowas und jetzt jetzt kommt schon die kleine kleine doofe falle nämlich der feger weil der der fegt jetzt erst mal meine ersten nun schon mal weg und der rest ist eigentlich der zweite feger ich meine leute der steht hier unten das ist ein gefundenes fressen eigentlich für lufteinheiten aber ich habe immer viel zu wenig ballons pro defensive das da habe ich mal wieder nicht daran gedacht dass hier unten natürlich ein zwei drei sachen stehen die auf luft schießen und nicht nur eine sache da habe ich ein bisschen wenig ballons auch wenn ich in der mitte mit dem klon zauber jetzt arbeite da sind sie ein bisschen zu langsam ich wollte eigentlich dort meinen zweiten wut verballern ich wollte nicht den nicht beide wut auf die queen legen und ja so gut dass hier so gut hat hier nichts so will ich mal sagen also da auch wir die kleinigkeiten nicht bedacht das genau auf den ecken hier hinten immer so zwei drei sachen hier oben stehen sie auch noch natürlich auf meine luft ballad da war ich ein bisschen bisschen geblendet von der base ist aber nicht so schlimm war ein guter scout für für den für den rest hier ist ja noch offen die base der klaren krieg läuft noch und daher bin ich bin ich mal gespannt im moment sieht es ganz gut aus denn zeige ich glaube ich kann ich euch glaube ich auch mal zeigen meine base hat mal gedefft glaubt man gar nicht meine besser mal gedefft da hat sich der hat sich der gegner wahrscheinlich ähnliches gedacht den über den über renne ich mal denn die base vom donnerbank ist echt nicht gut ist wirklich nicht gut aber ich bin so ein fauler base wechsel und bauer ich muss mal irgendwo eine neue kopieren unbedingt aber hier seht ihr mal wie man es eigentlich nicht machen soll nicht spielen sondern wiederholen da geht es in die wiederholung rein und was hat er hier ich weiß gar nicht wie man diese angriffstaktik nennt weiß ich nicht ein bisschen ein bisschen von allem also ein bisschen queen walk oder queen charge in den queen walk wird es aber auch hier auf der ecke stehen halt schon ziemlich viele defensive gebäude die jetzt auf die queen einschlagen und mit x-bogen kanone und bogenschützen turm sind da schon drei sehr sehr starke auch wenn das schon eine 38er queen ist da muss er alle register ziehen hier und muss jetzt schon die queen zünden das natürlich super gewesen von der defensive die jetzt die queen schon so ein bisschen in die knie gezwungen hat jetzt kommt er hier mit der karre rein bowler die werden jetzt natürlich alle ein bisschen außen umgehen bisschen wird reingehen wenn auch nicht so hyper viel aber es reicht in jedem fall um hier tiefer in die base reinzukommen meine cb ist gut gewählt glaube ich danke dem clan ich glaube steht immer was ganz anderes dran als drin als drin ist ich weiß es gar nicht so genau ist aber nicht so schlimm ich bin hier jetzt auch schon ganz schön lange hier bei den best clashern habe ich jetzt auch schon ewig nichts mehr aufgenommen hier vom donnerbengel ab und zu den live stream springe ich natürlich mal rein oder springe auch gerne rein denn hier ist immer was los hier gibt es auch immer events wir haben ein cooles event hier zum jahresende werde ich in jedem fall für euch festhalten ist mal eine coole sache denn hier finden auch immer so kleinere events statt auch so so ein base witzbau event mit ck natürlich angela angleichend und so weiter so jetzt geht es erstmal der pecker dame hier richtig an einen hintern also die wird jetzt erst mal schön weggebrannt und da die queen schon gezündet hat ist die jetzt natürlich auch geschichte vom inferno strahl und so bleibt das hier mal bei einem stern beim toto nicht schlecht aber die base hier baut sie nicht nach ich verlinke sie auch nicht sie ist nicht wirklich gut ich brauche trinkt hier eine neue base mit dem donnerbengel denn eigentlich kassiere ich immer drei sterne naja ja wie gesagt ich bin schon ziemlich lange hier im moment stets 29 also wie gesagt die kleinen dinge sind es hier und die kleinen dinge kommen ja auch wieder auf uns zu nämlich mit den clanspielen einen tag 19 stunden ihr seid wieder herzlich eingeladen im clan deutschland die clanspiele mit mir zu spielen ich bin noch mit einem account glaube ich drin und mit zwei ich weiß es gar nicht so genau wo die moment alle rumeiern ich habe ein wenig den überblick verloren aber ich bin in jedem fall für euch da in der zeitspielung eigentlich immer klar kriege dort also so ganz easy sowie es gerade so geht letztes mal was wirklich sehr chillig und danach ist auch wieder liga bzw nicht ganz danach oder doch danach eigentlich man 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 vertut sich ja auch ein bisschen in elf tagen im nächsten jahr ist die ist die erste liga und ich glaube ich bin jetzt auch schon die sechste oder siebte liga dann hier in dem clan nichtsdestotrotz muss ich leider auch mit dem immer noch ein bisschen weitermachen ich bin ja so ein knickeriger 138 mauern noch weitermachen 136 da habe ich mich gerade von lesen und ja mal sehen mit mit der kleinen aber feinen armee im moment fahre mich hier mit einer recht starken armee liegt aber auch daran dass ich zu wenig eine mille eine mille die kann tut du jetzt nicht skippen kann ich nicht so kippen bin ich ganz ehrlich auch wenn es nur für für mauern ist dass das kann ich mir nicht wegreden hier muss ich muss ich mal so sagen steht das kann ich mir nicht wegreden okay wo lassen wir denn hier was laufen ich gucke mal wo wo so einer hingeht okay wer geht nach da ich habe jetzt auch nur fünf bowler das reicht noch nicht mal für spiel hier und dann nehmen wir hier die karre mal mit rein ein magier und auch hier unten muss allerdings das lager muss weg bevor ich jetzt meine helden hier rein schicke und dann gucken wir mal weiter wie wir hier überhaupt weitermachen können denn ich habe hier ok die müssen weit die müssen weit gehen ja verdammt ich muss ja die queen schaffen ja 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 aber hier ist ja alles echt mal super ausgebrannt das heißt ich kann hier jetzt meine ich kann die queen ein bisschen gift nicht weiß nicht genau was ich da drin habe ob es sich lohnt das zu machen und ich gucke mal komm ich lass sie mal hierhin tippseln die fallen werden ja auch alle nicht geladen sein denke ich mal ich schicke die schon mal hier rein auch wenn die queen immer noch nicht down ist ohne die queen ist noch nicht down ich brauche ein gift 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 die queen ist noch nicht down aber ich habe schon habe ich eigentlich schon ressourcen geholt ich weiß es gar nicht habe ich schon ressourcen geholt ich muss die da außen unbedingt heilen und wo sind meine restlichen hocks es werden immer weniger ok sehr ärgerlich habe ich mich auch wieder ein bisschen überschätzt ich glaube das wird immer wieder eine null nummer hier aber nee da können wir noch da noch ein lager snacken und hier können wir noch ein lager snacken das sieht ganz gut aus mal sehen da hinten kriegen wir das dunkle leider nicht und ich glaube drei stück hier durch die mauer durch schaffen die das nein 17 ich glaube mal nicht aber doch ein bisschen kommt ja doch noch ein bisschen kommt ja nur noch rein wir heilen die jede die gehen jetzt jetzt nehme ich zum zum lager hier und werden jetzt von der kanone beschossen ich ziehe alle register hier der clash of clans welt alles wird hier gegeben für den loot und dann machen die noch ein zwei drei schuss drauf ja guck mal geht doch heilsauber beste ok passte so also wir haben auch den einen stern und ob die das jetzt schaffen das weiß ich nicht ich hatte euch das mal und wie weit die in 42 sekunden noch so kommen ok die haben noch ein paar mal auf das dunkle lager geschossen aber ich glaube wir haben trotzdem ganz nett was abgeräumt den kann man in jedem fall mal mitnehmen auch wenn es jetzt nur für morgen ist und noch für eine forschung dann können wir hier wieder anfragen bodengift brauchen diesmal nicht in nehmen diesmal ich glaube luftgift mit ich habe jetzt meine luftarmee luft guft gift heißt es da natürlich luft heißt es dort luft so luft gift und dann baue ich baue die mannach was war ein bisschen dunkles aber ich glaube ich habe nur noch eine forschung ich weiß nicht wie weit das skelett zauber hier geht auf level 3 geht er jetzt hier bei rathaus 10 danach habe ich noch den erdbeben zauber also alle zeit der welt und kann jetzt wieder eine mauer mehr machen freut mich natürlich auch dann kriege ich das hier unten mal geschlossen damit haben wir 135 mauern also geht ja kleinigkeiten es sind die kleinen dinge des lebens die einen das clash of clansons hier verschönern ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen wenn ja dann lass mal einfach am ende nämlich jetzt einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und dem ganzen auch vielleicht ein like geben so meinte ich eigentlich gebt in einem like wenn ihr mich nicht abonniert hat abonniert mich und stellt euch die glocke damit ich kein video mehr verpasst so ist es nämlich jetzt richtig vielen dank zu beim zuschauer zu vielen dank zum zuschauen die beim zuschauen vielen dank beim schauen so das ganze noch mal wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir jetzt am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen damit ihr kein video mehr von mir verpasst und wir sehen uns in jedem fall am wochenende bis dahin euer toto best